Hallo Leute! Gäste noch haben wir hier zum Unterpassung! Oktoberfest-Party in Russland! Wir haben eine richtig schöne russische Haxe! Schöne russische ist diese Duna-Schneifelschnitzel. War gar nicht mal so lecker. So, und jetzt kommen wir zum Weiterspick. Die Schmanie, okay? Aber die Johanikia? Ja! Ja! Aber die Johanikia ist spannend! Hat da ne Spauber reinkommen! Ja, das ist Pech! Aber das ist nur Pech! Weißt du, was Pech ist? Pipps Asmussen hat über Pech gesagt. Russische Cosmomausen fliegen in Russland los, 30 Wochen um die Erde und lang wieder in Russland. Das ist Pech! So, Leute! Schönen Abend auf! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!